Der kriegt fünf Finger! Seht ihr dieses Berg hier? Willig hoch heute. Vielleicht wird er jetzt ein Fahrrad. Bis zum nächsten Mal. Sehr viele Parks in Montreal, es erinnert mich an München. Ist es nicht wohl? Es ist ein Triple Shot, der an der Kacke hat. Waaah, in der Tiefe. Mein Kirion legge ist angekommen. Let's not forget the traditional Gangmann-Style Batcha! Super, mate! Not very much! I'm right, I'm not getting ready! So, I'm ready for a second! Ja! Vielen Dank!